Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen MaviLänder. Ich zeige euch heute mal meine Selfcare Night Routine. Also ich brauche dringend ein bisschen Entspannung, weil ich habe so viele Arbeiten geschrieben. Und deshalb dachte ich mir nämlich einfach ein bisschen mit. Ich hoffe ihr freut euch auch, dass ich jetzt wieder jeden Tag ein Video hochlade. Wer jetzt wieder MaviLänder ist. Und letztes Jahr habe ich es leider nicht geschafft, aber dieses Jahr versuche ich es durchzuziehen. Also lasst gerne meinen Damm nach oben da und ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr keinen MaviLänder im Dezember verpasst. Und mache nicht meine normale Night Routine, also nicht so wie ihr das schon nochmal gesehen habt. Sondern ich mache so ein bisschen mehr Selfcare da rein, also ein bisschen mehr Entspannung und Pflege. Ich wollte mal wieder baden gehen. Ich war dieses Jahr noch gar nicht baden im Winter. Dann zeige ich euch noch meine Skincare und meine Haare muss ich auch waschen. Und dann könnt ihr euch mal zeigen, was ich so Produkte dafür verwende. Also was ich da vor rein mache, womit ich meine Haare halt dann wasche und was ich da nach rein mache. Weil da fragen auch immer ganz viele nach. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt an. Und ich gehe jetzt erstmal meine Haare präparieren. Okay, ich bin jetzt hier in meinem Bad. Und ich habe morgen Schule. Also es ist jetzt mitten in der Woche hier mein Selfcare-Abend. Und ich zeige euch erstmal, was ich vorher in meine Haare mache, bevor ich duschen gehe. Das ist mein Lieblingsprodukt. Das habe ich von Coco und Eve. Das heißt Bond Building Pre-Shampoo Treatment. Und es ist einfach so ein Gel, das macht man vorher in die Haare. Man muss die jetzt ein bisschen nass machen. Wo mache ich das am besten? Die machen das wohl in meinen Fingern. Und dann werden wir noch voll dick. Also meine Haare, ich muss erst mal das benutzen, weil ich so, hä? Die sind hier auf einmal so dick geworden. Ich benutze einfach so eine Silberschampoon-Maske. Also das ist so eine Maske, die hat so einen lila Stichter drinne. Und meine Haare, die sind halt jetzt im Winter wieder ein bisschen dunkel und gelb halt geworden. Und deshalb benutze ich eine Silbermaske, damit der Gelbstichter ein bisschen rausgeht. Und ja, das mache ich jetzt, wenn meine Haare koffelt nass. Hätte ich vielleicht vorher bürsten sollen. Egal. Jetzt kommt mein Zeug hier rein. Eben meine Ohrringe raus. Sieht ja ein bisschen bescheuert aus hier. Rockin' around the Christmas tree at the Christmasberry ring. Auch schon mal eine LED-Beleuchtung hier angemacht. Für mich ist es immer so, je mehr Lichterketten ich anhat, desto gemütlicher wird es. Okay, hier vorne die Curtain-Banks mache ich auch immer noch, weil ich die mal auf Lacke. Meine Haare jetzt mal eher aus dem Weg. Kann ich die schon mal hoch machen? Nee. Ich lasse die jetzt einfach so lange einwirken, bis ich in der Wanne bin. So. Und das ist mein Schlafanzug, den ich anhabe. Hier noch meine gestreifte Hose dazu. Der ist von Hibu. Hibu? Ich werde nicht mal die Marke an, wie sie heißt. Ist hier so blau gestreift. Und ja, jetzt mache ich ein bisschen After Shower Hair Care. Kannst nicht auf Deutsch sagen. Nach der Dusche Haare fliege. Nee. Ich habe jetzt gerade das hier benutzt. Das ist so ein Go Blonder Aufhellung Spray. Das kann man in die Ansätze machen. Das ist eigentlich besser, wenn man zum Sommer benutzt, weil dann kann man sich in die Sonne setzen. Und dann hält die Sonne halt die Haare auf. Aber ich habe es jetzt einfach mal draufgesprüht auf meinen Ansatz. Und dann führe ich das gleich. Und dann sollen die Haare blonder werden. Also mit der Sonne werden meine Haare immer richtig gut blond. Aber ja, mal sehen. Oh oh, ich habe ganz vergessen zu sagen, was ich für ein Shampoo benutzt habe. Aber ich finde Shampoo ist eh nicht so wichtig. Ich nehme einfach irgendein random Shampoo immer für trockene Haare, weil das wäscht man eh wieder aus. Also, ich benutze jetzt hier noch den Leaping Conditioner von Kwai. Oh, why? Ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Aber so sieht das aus. So, das ist so ein Leaping Conditioner. Ist erstmal in der kleinen Travel Size hier gekauft. Der ist voll süß. Und dann spüre ich jetzt noch ein bisschen Mono Lemon. Das riecht so richtig so Spa-mäßig. Ich will es schon wieder niesen. Ich glaube, ich spinne. Also, ich weiß, viele Leute sagen, man soll seine Haare nicht bürsten, wenn sie noch nass sind. Dann würden die abbrechen und ausfallen. Aber ich kann meine Haare nicht so trocknen lassen, weil die hängen dann so in so fetten Strähnen, dann trocknen die nicht. Jetzt machen wir mal ein bisschen Haaröl rein von der gleichen Marke. Wieder von O.I. Kwai. Das hat mir eine Rätsel, wie man das ausspricht. So. Die Marke habe ich in London gekauft, wie ich ja schon gesagt. Und die will ich jetzt mal austesten für meine Haare. Ich mag das voll Haaröl in die Haare reinzumachen. Ich habe das Gefühl, dann werden die viel weicher. Und wenn ich die auf meine Haarenübel aufdrehe, dann sind die Spitzen, damit die nicht so zack knickt. Und die sind schön weich. Okay, jetzt machen wir weiter mit Skincare. Ich habe gerade schon in der Dusche mein Gesicht gewaschen. Hier mit dem Reinigungsschaum von Agne Derm. Und weil meine Haut nur so trocken ist im Winter, benutze ich mir noch den Moisturizer. Irgendwie will meine Kamera nie auf die Produkte scharf stellen. Und das ist auch für morgens gut von meinem Make-up drauf. Weil das ist so ein bisschen mattifying. Also das macht die Haut so matt. Und ich habe ödige Haut. Ich habe mich so komische Unanheiten. Die werden mal richtig trocken. Okay, jetzt ist alles schön von der Feuchtigkeitscreme. Oh, wer kennt es? Ich habe den Rest immer noch so in meine Hände ein. Wir verschwenden nichts. Dann benutze ich jetzt hier das. Das probiere ich gerade aus. Von Colibri Skincare. Und das mache ich immer so auf meine einzelnen Pickel drauf. Oder die Stellen, wo Pickel sind. Das ist gerade bei meiner Haare hier ein bisschen aus dem Gesicht. Machen sie aus wie Caillou. Aber egal. Hier mache ich es drauf. Warte. Ich kann es in der Kamera nicht so gut sehen, leider. Auf meinem Kinn. Und auf meiner Schinne habe ich auch so einen bösen Pickel. Der will nicht weggehen. Und da. Und jetzt zu guter Letzt. Mache ich darüber noch meine Acne-Därm-Salbe. Also die mag ich auch voll gern morgens. Von mir ist es halt so ein bisschen getönt. Und die mache ich jetzt noch hier auf die Stelle. Hier mal Pickel. Mein Näschen. Und da oben auf dem Pickel mache ich es auch noch. Doppelgemummelt hält besser. Und das ist auch ein bisschen abgedeckt. Okay. Jetzt wird es immer Zähne. Ich habe ganz vergessen, mich einzucremen im Bad gerade. Das mache ich jetzt noch schnell. Und das ist hier meine Body Lotion von Pink von Victoria's Secret. Basic Vanilla. Die riecht so gut. Jetzt schon hier drauf. Ups. Okay. Und jetzt mache ich es mir gemütlich. Und zum ersten Mal eine Kerze an. Vanilla Bean Noel. Die habe ich letztes Jahr in Dubai gekauft. Bei Bethel Body Works ist es nicht. Hier gibt. In Deutschland oder so. Und da habe ich noch die Spiced Apple Toddy. Ich glaube, die habe ich auch 2019 schon gekauft. Aber die halten so lange, wenn man die immer nur zu Weihnachten anzündet. Und die riecht auch voll gut. Papa sagt immer, mach doch mal die doofen Kerzen aus. Hier kann es ja nicht drin schlafen. Das stinkt voll. So, jetzt mal jetzt hier ist noch ein bisschen Wimpernserum drauf. Von Alverde. Das ist echt das Allerbeste. Das gibt es auch bei DM. Das ist voll oft ausverkauft gewesen in letzter Zeit. Ich habe das aber auch schon vor zwei Jahren mal benutzt. Und meine Wimpernbrunner von so lange und dick. Ich mache es aber immer auf den Wimpernkranz halt drauf. So in die Wurzeln, wo die Wimpern dann quasi rauswachsen. Ich kann es auf die Kamera nicht sehen. Ich muss es hier machen. Und dann mache ich es mal so von unten. Perfekt. Und jetzt wollte ich mal ein bisschen wieder journalen. Weil ich habe den Sommer über gar nicht mehr in diesem 6-Minuten-Journal irgendwas gemacht. Und das wollte ich mal wieder machen. Weil ich finde im Winter ist es immer ganz schön. Ich zeige euch das mal eben. Ich habe Amazon mal gekauft. Ich musste auch mal ein bisschen Licht anmachen. Ihr habt nichts mehr gesehen. Das ist das 6-Minuten-Tagebuch. Also man kann dann halt immer morgens und abends was reinschreiben. Also das ist für morgens. Da schreibt man dann so hin. Ich bin dankbar für. Das mache ich heute den Tag wundervoll. Und dann macht man abends noch, was habe ich heute Gutes getan. Was werde ich morgen besser machen. Und toll Dinge, die man erlebt hat. Da auch. Ich will das jetzt nicht hier so reinhalten. Ich habe heute Morgen gar nicht gemacht. Ich mache einfach das Ding jetzt vom Abend. Dann muss ich morgens das wieder machen. Ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht. Guck mal, ich habe einmal eine Lichter angemacht. Mein Baum, ich finde der ist so schön geworden. Und ich muss jetzt hier meine ganzen Klamotten runterschmeißen. Und ich schlage immer mein Bett auf. Dann kann ich mich ein bisschen gemütlich hier reinlegen. Schau mal. Wie im Hoteldieb. Deckerig festgesteckt. Vielleicht Angst, dass euch die Katze hier im Feuer fängt. Mal hier ein paar Kissen runterschmeißen. Da habe ich gar keinen Platz. Dieses Kissen ist einfach hinten noch offen. Aber das sieht keiner. Ich liebe es hier so auf Pinterest zu scrollen. Das ist meine neue Obsession. Weil das auch das Einzige ist, das man der Schule auch angucken kann. Oh, die Haare. Beantworte ich gleich auch noch ein paar Kommentare auf meinem Insta. Hier scroll ich auch mal gerne rum. Ich finde Insta ist cooler als TikTok. Ich finde das immer so süß, wie alle immer so lieb kommentieren. Denn ich freue mich immer so darüber. Und guck mal, da sind manche Leute, die kommentieren so viel. Ich finde, das ist voll krass, wie viel Zeit ihr euch immer nehmt. Deshalb beantworte ich jetzt mal hier ein paar. Okay, genug am Handy gescrollt für heute, Leute. Ich kann irgendwie viel schlechter einschlafen, wenn ich kurz vorm ins Bett gehen noch so lange scrolle. Deshalb lese ich jetzt noch was. Das ist die Fallste von meinem Lieblingsbuch, den Hurricanes Games, kann ich euch sehr empfehlen. The Brothers Hawthorne. Ich hätte nur einen einfacheren Namen nehmen können, finde ich. Dann habe ich das angefangen, schon vor zwei Monaten schon angefangen. Und ich hatte einfach gar keine Zeit in der Eklusionphase zu lesen. Den mache ich jetzt ein bisschen. Und ich habe dann gehe ich auch schon schlafen. Weil morgen ist Schultag und ich hatte immer viel zu wenig Schlaf in letzter Zeit. Weil ich viel zu viel Pretty Delayers geguckt habe, gelernt habe und alles. Und deshalb wollte ich auch ein bisschen früher schlafen gehen. Leute, schreibt mir mal ein paar Buchtipps rein in die Kommis. Ich brauche mal neue Buchtipps. Ich lese ziemlich schnell, wenn ich Zeit habe und wenn ein Buch gut ist. Und irgendwie finde ich im Moment keine guten Bücher. Und ich warte im Moment auf The Cold Case Academy, den vierten Teil auf Deutsch. Weil auf Englisch haben wir das zu anstrengend zu lesen. Und ich verstehe die Hälfte der Storyline nicht. Gerne Buchtipps unten in die Kommis, die ich lesen kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Mabilander wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr keinen weiteren Mabilander verpasst. Und ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht von Charlie und mir. Adios!